Und es kam natürlich der Spitzenverein aus der Bundesliga in Bayern München und wir haben, das passt rein, ich glaube 2000, und ja, einen Tag vorher spielte Borussia Mönchengladbach, glaube ich, zu Hause gegen Werderbring. Das war so ein wahnsinniges Spiel geworden, auch mit Verlängerung. Und da haben die gesagt, es ist nicht mehr zu toppen. Und 24 Stunden später waren wir wieder auf dem Platz mit Bayern München. Nach 20 Minuten stand es schon 2-0 für Bayern München. Und ich glaube, wie ich das von Bekannten gehört habe, nach dem Spiel war, dass viele Zuschauer auch achten, jetzt kriegen die die Packung, die setzen sich ins Auto, wollten schon enttäuscht nach Hause fahren. Und die hatten natürlich auch das Radio eingeschaltet. Und dann wurde ja auch im Autoradio dann übertragen spielen, dann hast du plötzlich 2-1 und dann 2-2, da sollen viele tausend Menschen auf Kehrt gebracht haben und sind wieder ins Stadion gefahren. Werner Dietz mit 36 Jahren noch immer dabei und einer der nettesten, der angenehmsten Profis im Bundesliga-Geschäft.